Jo Leute, und cool, dass ihr da seid zu Part 2. Ich verlinke euch Part 1 auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox. Und falls du Part 1 nicht gesehen hast, guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir haben ein bisschen das Licht verändert, weil Krimi und gruselig und überhaupt. Ramon hat mich überrascht, das seht ihr auch in Part 1. Mit einem Adventskalender, wie heißt der nochmal? Criminal Christmas, die Verschwörung. Genau, das ist ein Kalender mit Süßigkeiten und Kriminalgeschichten. Und wir waren bei Tag 8 angekommen. Und habe ich 8 schon aufgemacht? Ja, die hast du schon aufgemacht. Da steht aktuell 2 zu 1. Santa wurde entführt und wir sind gerade dabei aufzudecken, wer das getan hat und wie wir ihn wiederkriegen. Und nebenbei erraten wir bei den Türchen, wonach die Schokolade schmeckt. Und wie wir ihn führt, leider. Was macht der Verlierer? Oh, ich habe schon eine Idee, was der Verlierer war. Ah, guckt nun bei Video 3 vorbei. Wird richtig geil, wenn er verliert, was er da machen muss. Weiß er noch nicht. Ich werde es auch verlieren, weil ich einfach nicht gut schmecken kann. Tusch, Nummer, Tusch, Nummer, Tusch, Nummer, nein. Okay, zack, mach mal hier das Gesicht weg. Ähm, ja, ich bin gespannt. Zeig mal. Das ist hier dunkle Schokolade mit Zeug. Das hatten wir schon. Ne. Zeig mal nochmal. Ne, das hat er noch nicht. Cassis. Das kannst du nicht immer sagen. Ich sage bei allem, dass es immer stimmt. Bleibst du bei dieser Antwort? Ne. Paramell? Bleibst du bei dieser Antwort? Paramell mit irgendwas. Keine Ahnung. Granatapfelgin. Sicher ist es Granatapfelgin. Das hat mich rausgeschmeckt. Die stumme Zeit? Die stumme Zeugin. Die stumme Zeugin, genau. Wir zeigen immer, jeden Tag gibt es ein Bild und einen Titel. Und es geht weiter in der Geschichte. Und es gibt einen super Performer. Genau, sie macht die Special Effects. Und ihr könnt euch jetzt auf die Couch chillen, die Decke holen. Jetzt ist Geschichtenzeit. Es war eine wirklich alte Kamera. Ach so, kurz, ne? Wir sind bei Nicola angekommen und ihr habt gesagt, Santa Claus hat sogar seine Kamera hier vergessen, weil er so nervös war. Es war eine wirklich alte Kamera, die Ruprecht von Nicola am Vortag erhalten hatte. Er hatte einige Schwierigkeiten, in Nürnberg ein Fotolabor zu finden, das sich noch mit der Entwicklung derartigen Filmmaterials auskannte. In einer kleinen Gasse wurde er fündig. Der Laden hatte eindeutig schon bessere Tage gesehen. Die zunehmende Digitalisierung der Fotografie schien hier jedenfalls noch nicht angekommen zu sein. Zwei Stunden später erhielt er jedoch den entwickelten Film nebst einem Speicherchip zurück, der die Aufnahmen in digitaler Form enthielt. Ruprecht war beeindruckt. Er setzte sich in eines der zahlreichen Cafés, lud die Bilder vom Chip auf sein Smartphone und übertrug sie per MMS zur Zentrale der CSA-Zweckanalyse. Was ist mit euch? Was hat er denn mit MMS, Junge? Ruprecht will nicht mehr wach werden von Marc Sarrenberg. Die kann man... Ja, aber von allen anderen. Ja, aber okay. Für die Kinder MMS, damit wurden früher Bilder geschickt. Das braucht heute kein Mensch mehr. Ruprecht schaute. Offensichtlich. Der Laborant im Entwicklungslabor hatte die Bilder in der Reihenfolge ihrer Aufnahmen nummeriert. Cleveres Kerlchen, dachte Ruprecht. Die ersten Bilder zeigten Aufnahmen von Pralinen. Cousin Nikolaus, Nikola und jemanden mit Hörnern. Anscheinend einen Pärchen. Was auch immer das ist, ne? Dann änderte sich die Art der Aufnahmen. Ein merkwürdiger Nikolausstiefel war zu sehen. Spuren im Schnee. Ein Gefängnis und ein Rentier. Kurze Zeit später erhielt Ruprecht von der CSA-Zentrale eine Antwort, die endlich eine Spur versprach. Er bezahlte und verließ das Café. Noch bevor er in sein Taxi einstieg, hatte er bereits einen Flug nach Helsinki gebucht. Nur dort wurde diese Art Stiefel von einer Firma namens Julu Pucki gefertigt. Dass der Weihnachtsmann sie kurz vor seiner Entführung fotografiert hat, musste etwas bedeuten. Ruprecht war endlich jemandem auf der Spur. Dieser Jemand befand sich bereits in Helsinki und beschäftigte sich eingehend mit einem Gast, der seine Situation bestenfalls mit unfreiwilligem Aufenthalt beschrieben hätte. Damit kommst du niemals durch, zischte der Weihnachtsmann und blickte auf die verächtlich lachende Person, die im Schein des Kamins beinahe teuflisch aussah. Hä? Das war schon er. Er musste hier raus, wo er seine Tage waren gezählt. So viel war Santa Claus klar. Und er hatte auch schon einen Plan. Tag Nummer 10. Ich bin dran! Habt ihr das geschnallt? Das waren zwei Szenen. Einmal war Knecht Ruprecht und hat Fotos entwickeln lassen. Und dann daraufhin hat er geschnallt, er muss nach Helsinki. Und dort haben wir jetzt den Weihnachtsmann. Glaubst du, meine Zuschauer sind in eurem Kopf gefallen? Ich sag das nur für Sie. Genau, stimmt. So, Tür Nummer 10. Oh, die Herzen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich würde es gleich schmecken. Wer hat das schon? Ich wüsste es auch trotzdem nicht. Bei Mildo, du kennst den Geschmack. Und ich glaube auch, ich kenne den Geschmack. Ist das Prosecco? Was ist deine finale Antwort? Prosecco, aber es war noch irgendwas drin. Was schmeckt denn hier, Prosecco? Und? Prosecco. Ja, es tut mir leid. Prosecco Himbeer. Oh, man schmeckt Himbeer einfach null. So gar nicht. So, das war Tag 10. Vivi liest wieder vor den Titel. Das Stiefelrätsel. Das Stiefelrätsel. Während des Fluges nach Helsinki hatte Ruprecht wieder einmal gegen die Flugbestimmung verstoßen und mit seinem Smartphone versucht, weitere Informationen über das Unternehmen Yolo Pucki zu erhalten. Seine Recherchen hatten ergeben, dass im Zusammenhang mit den dort produzierten Stiefeln zwei Jahre zuvor allergische Reaktionen bei Kindern aufgetreten waren. Der Hersteller hatte dies kategorisch ausgeschlossen und auf die ausschließliche Verwendung geprüfter und schadstoffarmer Materialien hingewiesen. Eine Untersuchung des Falles durch zuständige Behörden fand niemals statt. Und kurz darauf meldete Yolo Pucki Konkurs an, wurde an einen unbekannten Investor verkauft und im darauffolgenden Jahr wieder veröffentlicht. Angeblich wurde der Stiefel weiter im Inland nach strengen Qualitätsrichtlinien produziert, aber es gab einige Stimmen im WWW, wonach Yolo Pucki nach Erfolg der Übernahme begonnen hatte, billigst den Fernost zu produzieren. Ruprecht versuchte, mehr über den Investor in Erfahrung zu bringen, doch hier blieb das Internet mit seinen Informationen vage. Mal wurde ein fernöstliches Industriekonsortium vermutet, mal war es ein skandinavischer Großkonzern. Machst du auch noch irgendwelches... Ey, gerade kann man nicht so viel machen. Ruprecht war sich jedenfalls sicher, dass der Weihnachtsmann etwas über Yolo Pucki erfahren hatte, das schwerwiegend genug war, um Santa Claus zu entführen. Unterdessen hatte der Weihnachtsmann in seinem Gefängnis alles andere als eine schöne Zeit. Er saß gefesselt auf einem Stuhl und überlegte fieberhaft, wie er seinen Fluchtplan in die Tat umsetzen könnte. Man hatte ihm Mantel und Bart abgenommen und ohne diese beiden Dinge war er nur ein hilfloser alter Mann. Zweimal täglich kam eine Wache mit etwas Wasser und Brot. Man band ihn los, um ihn essen und trinken zu lassen. Möglicherweise war diese Wache sein Schlüssel zur Freiheit. Doch er wusste, dass vor der Tür zwei weitere Wachen standen und er wollte nicht unbedingt seine einzige Chance zur Flucht verspielen. Er brauchte unbedingt seinen Bart und seinen Mantel. Ich fühle mich auch mal besser mit Bart und Mantel. Bin ich das, ja? Nummer 11. Es steht wie viel? 2 zu 1? Ja, für mich. So, es ist was Helles. Ah, jetzt wiederholt sich das. Jetzt kann man, wenn man ein Brain ist, so wie du... Ich habe mich aufgepascht. Das hat mir tatsächlich noch nicht. Weintraube Vanille. Cassis mag das Champagne. Halt die Frasche. Halt die Frasche. Kann doch nicht wahr sein. Das sage ich einmal nicht, Cassis. Also hat man es rausgeschmeckt, sagst du? War klar. Spuren im Schnee. Genau. Spursten im Schnee. So. Tag 11. Die Maschine mit Ruprecht Knecht an Bord war in Helsinki kurz nach Mitternacht gelandet. Er hatte sich einen Mietwagen genommen und war umgehend in Richtung Julupuki aufgebrochen. Das Fabrikgelände lag weit außerhalb der Stadt und in dem einsetzenden dichten Schneetreiben dauerte es ewig, bis er das hell erleuchtete Fabrikgebäude hatte. Wie bei allen mit dem Weihnachtsfest beschäftigten Unternehmen wurde auch hier rund um die Uhr gearbeitet. Ruprecht erreichte das Tor und wies sich als CSA-Detektiv aus, woraufhin man ihn ungehindert einließ. Er parkte sein Fahrzeug auf einem der leeren Besucherparkplätze und wurde von einem Mitarbeiter freundlich in Empfang genommen. Man führte ihn in einen Besprechungsraum, bat ihn Platz zu nehmen und servierte frischen Kaffee. Um die Wartezeit auf den Geschäftsführer zu verkürzen. Ruprecht war von dem langen Flug müde und ein frischer Kaffee kam ihm gerade recht. Allerdings wollte sich der belebende Effekt partout nicht einstellen. Im Gegenteil, je mehr er trank, desto schläfriger fühlte er sich. Du bist richtig mit drin. Du bist richtig dabei, super. Desto bla bla fühlte er sich, habe ich doch gerade gelesen. Bla bla, genau. Fühlt er sich, bis ihm die Tasse aus den Händen glitt und er betäubt vom Stuhl rutschte. Als der Perchte den Raum betrat, fand sich Ruprecht bereits im Reich der Träume. Er nahm nicht mehr wahr, dass man ihn aufhob, nach draußen trug und ihm mit seinem Auto in ein nahegelegenes Waldstück fuhr, wo man ihn einfach sich selbst und der Wind der Kälte überließ. Glücklicherweise erwachte er wenig später, kurzzeitig und konnte gerade noch instinktiv den Motor starten, bevor er wieder das Bewusstsein verlor. Zumindest hat er nun eine Chance. Der Perchte war zwischenzeitlich zum Fabrikgelände zurückgekehrt. Er löschte sofort den Besuchereintrag über Ruprecht aus dem Computer und beseitigte den mit Schlafmittel versetzten Kaffee. Er wischte sorgfältig alle Flächen ab, die Ruprecht berührt haben könnte und nickte zufrieden. Seine Fußspuren würde sicher der Schnee verdecken. Ruprecht Knecht war niemals hier gewesen und draußen hörte es auf zu schneien. Die sind aber ganz schön böse. Also der Perchte ist ein kleiner Sack. Der Perchte war auch der mit den Hörnern, ne? Genau. Mit den Hörnern. Der sein linkes Unterricht abgegeben hat in deiner Story. Nummer zwölf ist das jetzt, ne? Zwölf. Ach, ich bin dran. Jo. So, jetzt hol ich mir mal noch schnell einen Punkt her. Oh, ey. Übrigens. Ich sehe noch keine Chance, dass ich hier noch irgendeinen Punkt mehr kenne. Übrigens sagen die Leute immer, dass ich einen Hamburger Akzent habe. Ja, du klingst auch so. Geil. Ich bin mir nicht aufgefallen, hat mir noch jemand gesagt. Ich hol mir mal zwölf. Das ist aber auch nicht Hamburger Akzent. Ah, das hatten wir aber auch noch nicht. Ja? Was ist das denn? Mecklenburgisch. Mecklenburgisch. Also ich dachte immer, wir sprechen Hochdeutsch, bis ich irgendwann mal Hamburger kennengelernt habe und die mich ausgelacht haben, wie ich geredet habe. Ja, ich habe immer gesagt, die haben mir gefällt, und was machst du so? Ich habe gesagt, ja, ich bin Musiker und Rocke. Ne? Und dann haben die mich ausgelacht. So, das sieht auch lecker aus bei dir im Gesicht. Mmh, Karamell. Nur ein Geschmack? Wie sieht es aus? Dunkel, dunkel. Mmh, ist nicht genau genug. Zappel, ne? Ist nicht genau genug, Freunde. Warte. Ich schmeiße es nicht so gut, Karamell. Das ist nicht normal, Karamell. Also hier steht Karamell de Sel, also salziges Karamell. Aber sie hat es jetzt gesagt, lassen wir durchgehen, oder? Drei eins, Scheibenkleister. Aber ich schmecke nicht wie das Typische, was wir auch in anderen Videoschulen gestern haben. Ja. Jetzt sind wir bei Tag zwölf, ne? Mhm. Das Gefängnis. Das Gefängnis. Jetzt sind wir wieder bei Santa wahrscheinlich. Ruprechtknecht wachte mit der Gewissheit auf, einem feigen Mordanschlag durch pures Glück entkommen zu sein. Er hatte keine Ahnung, wie er in diese Waldlichtung gekommen wäre. Alles, an das er sich erinnern konnte, war die Ankunft bei Juno Pucki und der Kaffee, den man ihm serviert hatte. Natürlich, der Kaffee. Man hatte ihn betäubt und dann hier ausgesetzt. Der frisch gefallene Schnee hatte die Fußspuren, die sich von seinem Fahrzeug entfährten, nicht vollkommen verdeckt und Ruprecht beschloss, ihnen zu folgen, wohl wissend, dass er von nun an höllisch auf der Hut sein musste. Ein solches Glück hatte man nur einmal im Leben und der CSA-Detective hatte seins gerade aufgebraucht. Er holte seine Jacke aus dem Kofferraum und ging los. Etwa zwei Kilometer später erreichte er die Rückseite des Juno Pucki-Betriebsgeländes. Der Zaun, der das Gelände umgab, war unüberwindlich, doch nach kurzer Suche fand Ruprecht eine Tür, deren Vorhängeschloss der Überredungskunst eines CSA-Detectives nur kurzen Widerstand entgegensetzte. Er drückte die Tür einen Spalt weit auf und schlüpfte auf das Filmengelände. Aus einem Nebengebäude drang aus den kleinen Fenstern schwaches Licht und Ruprecht schlich Katzinggleich darauf zu. Vorsichtig spähte er durch eines der vergitterten Fenster und was er dort sah, erklärte so einiges. Dutzende Arbeiter waren Sklavengleich an Tische gekettet, an denen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen Nikolausstiefel zusammen nähten. Das hier hatte der Weihnachtsmann also entdeckt. Und noch bevor er es öffentlich machen konnte, hatten sie ihn kurzerhand entführt. Doch wer waren sie? Ruprecht hatte keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Er wurde am Kragen gepackt und nach hinten gerissen. Noch ehe er sich wehren konnte, bekam er einen Schlag ins Gesicht, der ihm das Bewusstsein verlieren ließ. Der Perchte fluchte leise, als er den bewusstlosen Ruprecht sah. Bringt ihn zu Santa Claus, ich kümmere mich später um ihn. Befahl er den beiden Wachen, die ihn begleitet hatten. Dieser CSA-Detektiv fing an, den Perchten wirklich auf die Nerven zu gehen. Ich war einfach richtig gefesselt, Junge. Jetzt kommt Tag 13. 13. Also 3 zu 1 steht es. Oh, das sieht lecker aus. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Zeig mal. Bist du behindert? Wie bin ich behindert? Zeig mal. Das hatte ich einen davor. Nee, ich habe eine davor. Cappuccino. Ja. Im letzten Video, auf jeden Fall. Ich habe zwei Punkte. Everybody dance now! So. Wir sind beim 13. Dezember. Die Geschichte geht weiter. Die Wache. Die Wache. Santa Claus hatte seine Wache überzeugen können, dass Fesseln unnötig waren. Nun konnte er sich frei im Raum bewegen, was zumindest einen kleinen Fortschritt darstellte. Je mehr er sich mit der Wache beschäftigte, umso sicherer war er, sie zur Fluchthilfe bewegen zu können. Gestern jedoch hatte man einen jungen Mann in seine Zelle gebracht, der übel zugerichtet war. Er war lange bewusstlos gewesen und Santa war froh, als er wieder die Augen aufschlug. Seine Nase war sicher gebrochen, aber zumindest lebte er. Hubrechtknecht öffnete die Augen und blickte in das freundliche Gesicht von Nicodemus Nickel. Nein, in das Gesicht von jemandem, der aussah wie Nicodemus Nickel. Es war der Weihnachtsmann. Er hat ihn gefunden. Wenn auch anders, als er sich vorgestellt hatte. Sein Kopf dröhnte immer noch von dem Schlag ins Gesicht und anstatt in der Rolle des Retters steckte er nun selbst in der Rolle des Gefangenen. Alles in allem eine für den CSL-Detektiv eher unbefriedigende Situation. Er versuchte zu sprechen, aber Santa Claus legte den Finger auf seine Lippen und guckte ihm tief in die Augen. Spaß. Legte den Finger auf seine Lippen und deutete mit den Augen auf die noch im Raum befindliche Wache. Hubrecht nickte und schwieg. Santa Claus stand auf und wandte sich wieder der Wache zu. Er redete auf sie ein, leise und in einer freundlichen, vertrauenserweckenden Art. Kein Wunder, dass ihn jedes Kind liebte. Er war der Weihnachtsmann, selbst hier in diesem Gefängnis. Die Wache war im Alter elf. Den Weihnachtsmann zu entführen und hier gefangen zu halten, war einfach nicht richtig. Was sollte aus dem Weihnachtsfest werden, wenn ihm etwas zustöße? Nein, das durfte nicht sein. Er nahm allen Mut zusammen und beschloss, Santa Claus und seinen Freund zur Flucht zu verhelfen. Doch dazu brauchte er den Bart und den Mantel des Weihnachtsmannes. Außerdem hatte ihm Santa Claus für seine Hilfe eine himmlisch süße Belohnung versprochen und der Weihnachtsmann hielt immer sein Wort. Niesst du mal? Netzwerken. Netzwerk ist alles, Freunde. Bin ich strafft? 14, ja. Natürlich Nummer 14 ist direkt neben der 13. Oh, das kennen wir noch nicht. Das kennen wir tatsächlich noch nicht. Ich bin gespannt. Ah! Das ist erst wieder so goldig. Da hast du einen Vollstoff drauf. Achso, ich muss ja gucken, was du hast, ne? Etwas total Leckeres. What? Darauf kommst du nie. Das goldige ist auch nicht schlecht. Da bin ich jetzt echt ein bisschen gespannt, wie das schmeckt. Soll ich dir sagen? Oder gib mal einen Tipp ab. Kick keinen Punkt. Kick keinen Punkt. Das Problem ist, wenn du das das nächste Mal kriegst, wirst du es genau wissen. Weil das jetzt was eigentlich bei dir so einbrennt. Ja. Aber jetzt weiß ich auch, dass die Dinge wiederkommen. Jetzt achte ich drauf. Irgendwas Alkoholisches. Ja. Rom? Gold. Ja, das soll ein Blödsinn. Ja, das steht immer da. Aber nur, weil da Gold drauf ist, oder was? Das tut mir ja sehr leid. Aber ich wollte gesagt. Nicht, dass es nach Gold schmeckt, weil das kann nicht nach Gold schmecken. Ja, aber wir können dir nicht alles durchgehen lassen, Vivian. Du hast schon Trost. Ich finde, die Schokolade können wir nicht werden, weil... Du hast gerade schon Trostpunkte gekriegt, Vivian. Nein, wir können diese Schokolade Du musst sie nicht immer in den Sieg erschleichen. Du musst sie nicht immer mehr schummeln. So. Das war das Lecker. War das 14 jetzt? Kommt 14? Ja. Vivi liest vor? Auf der Flucht. Flucht. Auf der Flucht. Ne, warte mal. Wie wäre es denn, wenn statt dem U ein V wäre? Flucht. Flucht. Das habe ich gerade besucht. 14. Dezember. Jetzt habe ich ein bisschen in die Kamera gespuckt. Macht nichts. Die Wache hielt ihr Wort. Noch vor Mitternacht hatte der Elf den Weihnachtsmann seinen Mantel und seinen Bart zurückgebracht. Ruprecht hatte nie verstanden, warum die CSA die meiste Zeit damit verbrachte, nach falschen Bärten und Mänteln Ausschau zu halten. Doch Santa Claus hatte die Zeit des Wartens genutzt und Ruprecht alles erklärt. Nun wunderte er sich, warum er die Zusammenhänge noch nicht vorher begriffen hatte. Dieser Bart und dieser Mantel waren magisch. Sobald Santa Claus beide trug, hatte er die Fähigkeit, schneller als das Licht zu reisen und ohne einen Kratzer durch engste Kamine zu rutschen. Alles, was er dabei berührte, bekam die gleichen Eigenschaften, solange er es Kontakt zu ihm hielt. Ihre vollen magischen Kräfte entwickelten Mantel und bat jedoch nur an der Nacht des 24. Dezembers, wenn der Weihnachtsgeist von ihnen Besitz ergriff. Benutzte man sie außerhalb dieser Nacht, war es möglich, dass die magischen Kräfte für immer verschwanden. Doch dieses Risiko mussten sie eingehen. Die Ereignisse der letzten zwei Tage und die jüngst zur Schau gestellte Gewaltbereitschaft ihrer Gegner ließen nichts Gutes erwarten. Auch der Weihnachtsmann hielt Wort. Kurz bevor Ruprecht und er durch den Kamin flüchteten, griff er in seine rechte Tasche und reichte dem Elf eine Handvoll Praninen, die er wie einen Schatz annahm. Dann rutschte der Weihnachtsmann mit Ruprecht Knecht im Arm durch den Kamin nach oben und sie waren frei. Zumindest nicht mehr gefangen, denn der schwierige Teil lag noch vor ihnen. Ich habe etwa zwei Kilometer von hier ein Auto auf einer Waldlichtung stehen. Wenn wir es dort hinschaffen, sind wir gerettet, flüsterte Ruprecht. Der Weihnachtsmann nickte und sie begannen vorsichtig mit dem Abstieg vom Dach, schlichen im Schutze der Nacht zum Zaun und verließen das Gelände so, wie Ruprecht es zuvor betreten hatte. Nachdem sie sich einige Meter entfernt hatten, begannen sie zu rennen, als sei der Teufel hinter ihnen her. Und irgendwie war das auch. Junge, 0,07 Action. 15. Ja. Achso, ich bin. 15. Gold? Nee, aber das hatte viele Bestandteile. Ja, stimmt. Du musst alle sagen, sonst trittst du im Augenblick. Mandel, Nougat, Zitrone. Fuck you! Habe ich rausgeschmückt. Mandel! Habe ich ganz klar rausgeschmückt. Fuck you, Kacke, Alter. Fuck you, Kacke. Hallo, hier gucken Kinder zu, Junge. Zeig. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich mich auch nicht mehr frei ausdrucken. Ich kann umschalten. Na gut. Achso, ich soll ja lesen, ne? Genau. Das war der Herbstgang. Ich mach kurz mal Pause. Der Weg nach Hause. Nach Ha... Ha... Haarwürfse. Der Weg nach Hause. Guck mal, habt ihr gesehen? Es gibt die Sun Air. Die Sun Air. Gönne. Sie hatten das Auto sicher erreicht, doch offenbar war ihre Flucht mittlerweile entdeckt worden. Sie hörten Befehle und lautes Motorengeräusch, das rasch näher kam. Wahrscheinlich machte man mit Motorschlitten Jagd auf sie. Huprecht klemmte sich hinter das Steuer des Mietwagens und betete, dass der Motor sie nicht im Stich lassen würde. Seine Nase pochte schmerzhaft und er realisierte, dass sie gebrochen sein musste. Nicht dran denken, munterte ihm der Weihnachtsmann auf. Bring uns einfach hier raus, mein Junge. Das ließ sich Huprecht nicht zweimal sagen. Der Wagen sprang an und er jagte ihn über die vereiste Straße Richtung Helsinki. Doch ein Blick auf die Tanknadel verhieß nichts Gutes. Der Motor war die ganze Nacht gelaufen. Das hatte Huprecht zwar das Leben gerettet, aber nun hing die Tentakel, nein, die Tanknadel bedrohlich nah am roten Reservebereich. Sie erreichten eine kleine Ortschaft, stellten den Wagen in eine dunkle Einfahrt und warteten gebannt. Nichts passierte. Scheint so, als hätten wir sie abgehängt, triumphierte der Weihnachtsmann. Huprecht war sich da nicht so sicher. Er griff in seine Jackentasche und fand sein Smartphone. Das Display hatte mittlerweile einen hässlichen Riss, aber es funktionierte noch einwandfrei. Er ordnete zwei Flugtickets für den nächsten Flug nach Svalbard und startete erneut den Motor. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Fahrnbeidig. Gehen, steht hier aber. Sie erreichten mit dem wahrscheinlich letzten Tropfen Benzin den Flughafen von Helsinki. Gerade noch rechtzeitig vor dem letzten Aufruf ihres Fluges. Sie gaben das Flugzeug am Mietwagenschalter ab, ohne es vorher vorgetan zu haben und checkten ein. Huprecht hatte dutzende Fragen an den Weihnachtsmann, doch gleich nach dem Start war dieser fest eingeschlafen. Eingeschlafen. Klar, so ist das Wort eingeschlafen. Etwas weiter hinten saß jemand mit einer auffällig großen Kopfbedeckung. Groß genug, um zwei mächtige Hörner zu verstecken. Er grinste diabolisch. Man konnte eine Runde verlieren, doch dieses Spiel war noch lange nicht vorbei. Letztes Türchen für dieses Video. 18! Nein, 16, aber es ist okay. Ähm, 16. Hier. Ich glaube, das ist schon ein cooler Kalender, wenn man dann jeden Tag mehr Geschichte hat. So, Türchen meiner 16. Weißt du das noch? Ja. Ich bin gespannt. Das war... Ich zeige es mal in die Kamera vielleicht. Oh. Fand ich damals schon nicht geil. Das ist Nuss Nougat. Und sie hat falsch! Yes! Nein. Zeige ich mal nochmal. Nein. Sie hat recht. Scheiße. Ich habe jetzt drei und du hast auch drei, ne? Du hast zwei und ich habe vier, ne? Oh, Dicki, Mandeln, Nougat, Zitrone hatte ich richtig, Cappuccino hatte ich richtig und davor hatte ich schon einen Punkt. Alte Schnapsnase. Trotzdem habe ich vier. Hat sie vier? Ja. Ich bin mir da so nicht so sicher. Natürlich! Es stand doch gerade zwei zu drei. Dann hast du drei gemacht und jetzt habe ich vier scheinbar. Zum Greifen nach. Okay, zum Greifen nach. Ich sag nur Chili Kirsch und so, ne? Ich dachte, Chili Kirsch hat es immer richtig. Das war nicht reing. Genau. Der Rückflug nach Svalbard verlief ruhig. Nachdem Santa und Ruprecht etwas geschlafen hatten, waren sie ins Gespräch gekommen. Denken sie, man hat sie wegen der armen Menschen bei Julo Pokir entführt? Fragte Ruprecht. Der Weihnachtsmann sah ihn lange an. Dann schüttelte er traurig den Kopf. Das waren keine Menschen, mein Junge. Das waren Elfen. Bei Julo Pokir werden die Elfen versklavt. Ruprecht zog die Augenbrauen hoch und brachte nur ein erbärmliches Echo zustande. Elfen ist versklavt? Das war ein Hauself. Das war ein Hauself, ja. Und so erfuhr er vom Weihnachtsmann, dass alle Geschenke zum Weihnachtsfest von Elfen hergestellt wurden. Aber sie mussten es freiwillig tun, damit die Freude und der Geist der Weihnacht auf jedes einzelne Geschenk übergingen und sich am Heiligabend verbreiten konnten. Taten sie es nicht freiwillig, übertrug sich Bitterkeit und Zorn. Doch wer konnte daran ein Interesse haben? Es war mittlerweile klar, dass der Perchte nur ein Gehilfe war. Wer aber zog die Fäden im Hintergrund? Sie waren also noch längst nicht außer Gefahr. Und sie hatten keine Ahnung, wie richtig sie damit lagen. Der Perchte hatte das Naheliegende getan und einen Flug für die nächste Maschine nach Svobard gebucht. Es grenzte an Ironie, dass seine Opfer ahnungslos denselben Flieger bestiegen hatten wie er. Er hätte am liebsten sofort gehandelt, doch dies hätte mehr Öffentlichkeit bedeutet, als ihm lieb war. So hielt er sich zurück. Es war bereits zu viel aus dem Ruder gelaufen. Er war nicht gewohnt zu versagen und das würde er auch diesmal nicht. Er lächelte hinterhältig, hinterhältig und genoss den Flug nach Svobard ruhig und entspannt. Kurz vor der Landung traf Ruprecht die Erkenntnis wie ein Blitzschlag. Welche Bedeutung hat Pekaree für sie? fragte er. Der Weihnachtsmann schaut ihn überrascht an. Du kennst meine Pekaree? Bislang dachte ich, nur Nicodemus und Nikola wissen davon. Ruprecht nickte. Es fing an, einen Sinn zu ergeben. Wie geht es wohl weiter? Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Criminal Christmas. Genau Leute, das war dieser Teil. Wir drehen jetzt noch den letzten Teil. Der wird dann jetzt auch die Tage rauskommen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Das ist ja schon mega spannend. Ihr könnt jetzt eure Antwort revidieren, wenn ihr denkt, jetzt ist es vielleicht doch jemand anders, als ihr beim ersten Video gedacht habt. Und ansonsten blende ich euch hier mal einen Kommentar ein, über das wir uns sehr gefreut haben. Und dann würde ich sagen, gebt gerne einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Du musst ihn in den Fekt machen. Also G.